Heute zu Gast im Experteninterview ist bei mir Nima Pujan von der Invesco. Nima und ich schauen uns den Kryptomarkt etwas genauer an und klären auch auf über verschiedene Produkte, wie man in den Kryptomarkt investieren kann. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWISTV. Heute habe ich Nima Pujan von Invesco in der Schweiz zu Gast. Herzlich willkommen, Nima. Morgen, David. Ja, Nima, du bist unser ETF-Experte hier im Experten-Team und heute wollen wir uns was anderes mal ein bisschen anschauen. Ja, ihr habt auch Kryptoprodukte auf den Markt gebracht. Wollen wir die Kryptoszene vielleicht insgesamt anschauen? Wie hat sich denn der Markt entwickelt die letzten Wochen? Ja, das stimmt. Wir sind als Krypto-Anbieter oder Blockchain-Anbieter jetzt mittlerweile seit drei Jahren bekannt mit dem Blockchain-ETF, den wir vor drei Jahren annonciert hatten. Und im November letzten Jahres sind wir live gegangen mit dem Bitcoin-ETP. Vom Markt her allgemein, das waren natürlich jetzt relativ spannende Monate und Wochen, muss man sagen, im Kryptomarkt, was wir gesehen haben. Relativ starke Volatilitäten auch bei den Crypto-Assets mit einem Abverkauf, der dann im November losging, im Januar sich dann auch fortgezogen hat. Hat natürlich mit der Zinsentwicklung am US-Markt zu tun, mit dem Fed-Tapering. Wenn man sich allein die Performance-Zahlen dann auch anschaut, der US-Tech-Bereich hat seit Jahresanfang über 8% verloren und Bitcoin beispielsweise knapp 5%. Also wir sind relativ ähnlich wie Tech-Werte, was die Performance year-to-date angeht. Aber wir sehen jetzt auch wieder die letzten Tage einen Aufschwung, was den Kryptomarkt an sich angeht. Und es können natürlich jetzt relativ interessante Einstiegspositionen sein. Und du hast es schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten auch zu investieren in Kryptowerte. Man kann direkt investieren über Zertifikate oder auch ETPs. Was sind denn die Vor- oder Nachteile jeweils? Gut, jedes Vehikel hat natürlich seine Berechtigung. Aber ich zeige jetzt einfach mal auf, was die Unterschiede sind. Und da kann jeder Investor für sich dann entscheiden, was für ihn oder sie dann passend ist. Ich fange mal an mit Bitcoin Futures. Das ist eigentlich relativ einfach in der Abgrenzung. Der Future hat wenig zu tun mit dem Spotpreis. Das sieht man auch an den Rohstoffmärkten. Man hat Rolleffekte. Wenn man kurzfristig reingehen möchte, ist es fein. Wenn es jetzt mittel- oder langfristig ist, da hat man natürlich relativ hohe Rollkosten zum einen und zum anderen eine relativ starke Abweichung vom Spotpreis. Ja, das ist der bekannte Future, Bitcoin Future. Der zweite Punkt, Zertifikate. Es gibt natürlich relativ viele Crypto-Zertifikate jetzt am Markt. Wo unterscheiden wir uns? Und zum einen muss man echt sagen, über die Fees. ETFs oder ETPs sind einfach dafür bekannt, günstig zu sein. Ich habe mir jetzt vorhin einige Zertifikate angeschaut. Da liegen wir im Pricing bei 3%, 4%. Also wenn man komplett das Pricing mit einbezieht, die sind dann doch relativ teuer im Vergleich zu den ETPs. Also bei uns, wir liegen unter einem Prozent. Es gibt andere ETPs, die liegen bei 1,5%. Also die sind immer noch günstiger als Zertifikate. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wo ein relativ großer Unterschied natürlich liegt. Beim Zertifikat hat man eine Schuldverschreibung. Das bedeutet 100% gegen Parteirisiko. Bei einem ETP, dort wird wirklich dann auch in Bitcoins investiert. Das bedeutet, selbst wenn Invesco pleite gehen würde oder ein anderer Anbieter, man hat immer noch die Crypto-Assets dahinterliegend. Das wäre es eigentlich bei Zertifikaten im Vergleich zu ETPs. Und zu guter Letzt, warum sollte man in ETPs investieren und nicht direkt in Cryptos? Klar, kann man natürlich machen. Da gibt es zwei Unterscheidungsmerkmale. Zum einen, man benötigt eine Wallet. Das Ganze hat Risiken. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass knapp 10 oder 15% der Cryptos am Markt wirklich durch Hacking-Versuche dann auch verschwunden sind. Man muss auf sein Passwort aufpassen. Also es besteht eben ein Risiko, dass die Assets dann nicht mehr in der Wallet sind. Und der zweite Punkt, wo wir uns natürlich unterscheiden, ist im Trading. Ist es günstiger, über den ETP reinzugehen vielfach als direkt über Crypto-Börsen? Ich habe mir zum Beispiel Swissbork angeschaut. Da muss man teilweise 1% im Spread zahlen, wenn man Bitcoin zum Beispiel handeln möchte. Und über unseren ETP sind es 20 Basispunkte. Also es hat definitiv seinen Vorteil, auch über ETPs zu gehen. Und viele institutionelle Investoren wollen auch die ETP-Lösung eingehen, weil es Teil dann vom Portfolio ist. Du hast auch schon eingangs gesagt, auch Invesco hat ein Produkt auf den Markt gebracht, wie viele andere Anbieter auch. Gibt es Unterscheidungsmerkmale, die du nennen kannst, zu anderen Anbietern? Ja, Invesco arbeitet seit drei Jahren an diesem Bitcoin-Produkt. Das ist eine relativ lange Zeit, wenn man überlegt, wie schnelllebig doch der ETF- oder ETP-Markt ist. Für uns war das Wichtigste kein Reputationsschaden. Deswegen, wenn man sich die Gegenparteien, mit denen wir bei diesem Produkt arbeiten, anschaut, das sind keine Nischenanbieter. Also unser Kustodian, das sind Standard Chartered und Northern Trust. Wir arbeiten mit KPMG und PwC zusammen. Die APs sind Flowtrade und Jane Street. Also alles bekannte Namen und Invesco ebenfalls. Also wir sind jetzt kein Start-up-ETP-Anbieter, sondern wir sind seit zig Jahren in dem Geschäft, sind der viertgrößte Anbieter mit 500 Milliarden an ETF-Assets. Also das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Einfach mit wem arbeiten wir zusammen? Und der zweite Punkt ist natürlich auch die Struktur. Es gibt verschiedene Storage-Systeme. Hot Storage hat natürlich wieder das Risiko des Hackings. Dann gibt es die Cold Storage-Methode. Und das ist eigentlich die Methode, die die meisten ETPs anwenden in dem Segment. Was ist das Risiko? Bei der Cold Storage hat man immer die Human Interactions. Das bedeutet, da muss wirklich eine Person zum Tresor die Passwörter rausholen, das Ganze eingeben. Ich persönlich will das eigentlich nicht. Das ist ein Risiko, wenn ein Individuum wirklich dort dann Zugriff hat auf diese Passwörter. Was wir haben, wir nennen es Enhanced Cold Storage. Das ist systematisch, systemrelevant zwischen den verschiedenen Parteien, also Northern Trust, Standard Chartered, Invesco. Die müssen alle das Ganze durchgeben und approven, bevor überhaupt eine Transaktion stattfindet. Das bedeutet, es gibt keine Human Interaction in dem Sinne, sondern es sind wirklich Unternehmen, die dahinter sind und dem Prozess zustimmen müssen. Das ist der zweite Punkt. Und dann zu guter Letzt ist Spreads und Fees. Wir sind relativ günstig, was die Tare angeht bei dem Produkt. Das hatte ich schon eingangs erwähnt, mit unter einem Prozent. Die Konkurrenz liegt bei eineinhalb Prozent, gibt Anbieter mit zwei Prozent. Und dann das andere sind die Spreads. Wir arbeiten dort mit großen APs zusammen, also Market Makern wie Jane Street oder auch CoinShares, die sehr, sehr bekannt sind in dem Segment. Und die Spreads, wie erwähnt, 20 Basispunkte im Schnitt. In den volatilen Phasen ist es mal hochgegangen auch auf 30 Basispunkte. Wenn man das Ganze jetzt vergleicht mit anderen ETP-Anbietern, die liegen zwischen 50 BIPs bis zu einem Prozent auch in den Spreads. Also das sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale. Also wir arbeiten wirklich mit relevanten Unternehmen in dem Segment zusammen. Unser Custody-Ansatz ist State-of-the-Art mit dem Enhanced Cold Storage und zu guter Letztes Pricing. Da sind wir sehr, sehr kompetitiv unterwegs. Ja, vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Das war Nima Pujan von Invesco in der Schweiz. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWISTV. Herzlichen Dank. Vielen Dank, David. Macht's gut.